guten tag schalom hallo grüß gott und willkommen auf dem gamero kanal heute mit einem speziellen video ich wollte eigentlich jetzt bis ende der woche keine videos mehr drehen allerdings kam heute die post und brachte mir überraschenderweise ein kleines päckchen und da waren drin also ich wusste ich hatte nichts bestellt wusste auch gar nicht wer mir jetzt verschicken würde und sie da es war zweimal Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint oder Ghost Recon Breakpoint ein Multiplayerspiel von Ubisoft für die ps4 das ganze war zweimal drin und das ganze kam von meinem Abonnenten Marcus deshalb träge ich auch heute das video ich möchte mich da mal ganz recht herzlich bedanken das ist der erste Abonnent der mir ein Päckchen zuschickt für ein Stream also der gute Manuel hat mir ja schon Spielausglier was ich dann gesagt habe okay gut das tu ich mich dann aber jetzt hat es der Markus mir geschickt und hat gleich zwei Spiele für mich gekauft also für meinen Bruder und mich damit ich es streamen kann und zeigen kann und ich möchte mich da mal ganz recht herzlich bei ihm bedanken bei allen Abonnenten und ja ich finde es einfach ich bin überwältigt wie ich als kleiner YouTuber jetzt schon solche Geschenke bekommen und ich möchte euch da natürlich einiges zurückgeben ich werde auch bis Ende des Jahres ein paar Gewinnspiele machen ich werde mit den Gewinnspielen jetzt ein bisschen warten noch zwei drei Wochen bis wieder die Leute aus dem Urlaub da sind weil jetzt hat keiner irgendwie ja ein Kopf für Videospiele oder für solche Sachen und da sollen auch alle die Möglichkeit haben an dem Gewinnspiel teilzunehmen und an der Verlosung und werde da natürlich meine Abonnenten auch jetzt hier belohnen also der Markus bekommt da was zurück von mir und nicht nur ein Euro kleine Witz ja gut das gesagt ich möchte mich da recht herzlich bedanken und einfach nur ich habe jetzt einfach nur das Video gedreht ich habe jetzt da wirklich mehr Aufwandbetriebe um da wieder alles einzustecken und umzustöpseln dass das Video entstehen kann auch unter der Woche ein einfach nur um danke zu sagen und auch den anderen Abonnenten zu zeigen wie man menschlich einander helfen kann und Freude machen kann ich weiß jetzt nicht was die gekostet habe ich muss da hat mal nachgucken ähm ja ich bin sehr berührt und möchte einfach nur danke sagen dem Markus dem Manuel und auch allen anderen Abonnenten die mich abonniert haben und möchte da wie gesagt noch was zurückgeben hier kommt dann noch ein Livestream den nächsten Tag von Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint und ähm ja also ganz ganz großes Kino hier ganz klasse ich bin froh solche Abonnenten und Freunde zu haben und noch mal ein dickes fette D A N K E danke euer Gamerook bis zum nächsten Mal macht's gut ihr seid klasse ich bin der Gamerook ciao und